Mach mal aus 1500 Gramm frischen und reifen Tomaten, getrocknete Tomaten mit Meersalz. Das Aroma allein, ihr würdet staunen. Es ergibt ein wunderbares Tomatensalz. Wie ich das gemacht habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Guckst du mit Kalle. Herzlich Willkommen. Die Tomaten werden als erstes mal gründlich gewaschen, vor allem wenn es keine Bio Tomaten sind. Dann stellt ihr schon mal das Meersalz zurecht. Oder wer es mischen will, zum Beispiel mit der Salatfräutermischung Basis, der stellt diese dann schon ein. Aus den Tomaten wird dann der Strunk entfernt. Mehr nicht. Alles andere, auch das Innenleben, bleibt in der Tomate drin. Druckstellen machen nichts, aber faulige Stellen sollten weggeschnitten werden. Dann werden die Tomaten in Scheiben geschnitten. Nicht zu dick, sonst dauert es zu lange, bis sie trocknen. Alle Tomatenscheiben kommen auf mit Backpapier ausgelegte Backbächer. Wer wie ich Tomatensalz machen möchte, der kann die Tomaten schon mal mit etwas Salz bestreuen. Das lockt dafür, dass aus den Tomaten schon mal mehr Wasser rausgezogen wird. Ich habe aus 1500 Gramm Tomaten drei Bleche vollbekommen. Also pro Blech 500 Gramm. Und jetzt kommt eine Besonderheit. Die Bleche werden zunächst bei 80 Grad in den Ofen gestellt. Und damit sie nicht verbrennen, alle zwei Stunden um 5 Grad reduziert. Nach ca. 8 bis 10 Stunden sehen sie so aus. Die Tomaten sind dann am Rand ziemlich zerbröselig. In der Mitte kann es sein, dass sie noch etwas gummiartig sind, aber das macht nichts. Dann kommen sie alle in den Standmixer und werden schön fein gemahlen. Kleiner Tipp, am Ende alles durch ein feines Sieb geben. Alles was im Sieb drin bleibt, wird nochmal gemahlen. 1,5 Löffel Meersalz reichen. Das Ganze vermischen und in ein Glas abfüllen. Ihr habt es gerade gesehen, 133 Gramm sind in diesem Glas. Welche Gewürze ich sonst noch selber mache, das seht ihr hier oben in dieser Playlist. Das war es von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.